Also die Verwendung im Wahlkampf von Barack Obama der Social Network Daten, also im Sinne auch von Big Data, sind natürlich durchaus ein Mittel, um sehr spitz und gezielt auf einzelne Zielgruppen, die man jetzt gerne noch erreichen möchte und auf die man sich konzentriert, zuzugehen. Und das ist, denke ich, etwas, was ein durchaus probates Mittel ist, um es einzusetzen. Naja, es ist alles erlaubt, was jetzt rechtens ist, würde ich sagen. Und die Möglichkeiten des digitalen Handlungsraums vollständig auszuschöpfen, sind ja für jemanden, der gerne weiterhin Präsident der USA sein möchte, ein durchaus probates Mittel. Und ich meine, immer wenn es so ist, wir haben ja inzwischen nun auch andere Beispiele kennengelernt, wo es uns nicht eigentlich, von uns nicht gewünscht ist, dass wir beobachtet werden, dass die Daten über uns ausgewertet werden. Aber wenn es etwas ist, wo ich auch bereitwillig meine Informationen zur Verfügung gestellt habe und wenn es tatsächlich so ist, dass ich jetzt mal nicht über geheimdienstliche Algorithmen, sondern wirklich über nur diejenigen, auf die alle zugreifen könnten, die Vielfalt der Daten verdichte, daraus Schlüsse ziehe und die für mich ableite, um mein Geschäft, und ich meine, Präsident der USA zu werden, ist genauso ein Geschäft wie viele andere Dinge, um mein Geschäft optimal betreiben zu können, da muss ich sagen, sehe ich das eher als smart an. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.